Halleluja, Shalom, er ist ein Hammer, finde ich, ich habe jetzt mit dem langen, haben wir lange gesprochen, den Bischof, wie wir ihn nennen, selber wird er sich Bischof nicht nennen, aber er erfüllt halt all die Voraussetzungen, die ein Bischof erfüllen muss, dass er seiner Familie vorsteht und so weiter, der Herr weiß das alles, was der Bruder auch macht und die Schwester mit den Kindern, der Hans Verdiang jetzt über zwei Jahrzehnte und wir haben uns so gefreut und das betrachtet, das ist übrigens der Bruder, der sich dann diese hunderte Sprachnachrichten, als er dann mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Raum hatte, auch das alles anzuhören, anzusehen, sodass uns das so nachherjagen ist, worüber wir uns mal so freuen an diesem wunderbaren Gott, wie gewaltig das hier ist, was der Herr tut. Gut, man kann das jetzt natürlich reduzieren auf dem WhatsApp-Chat, ja, oder, aber was dahinter steht, ist schon der Hammer, gerade in Anbetracht der Zeit, in der wir sind, worauf wir auch immer wieder hindeuten dürfen durch den, der in uns wohnt, dass wir die Generation sind, die ja anhand der Zeichen der Zeit beobachten können, dass wir die Generation sind, die die Wiederkunft des Herrn erleben werden und das Ende dieser Welt. Und wie gewaltig es ist, dass der Herr in seiner mütterlichen Liebe, wie die Henne ihre Küken sammeln möchte, gerade sammelt, aber mit diesem Sammeln ja nicht aufhört. Ja, das kam ja gerade so in den Sinn, gerade auch mit Israel, uns zum Vorbild und zur Warnung. Wie er sie sammelt, sie durch Gerichte aus der Knechtschaft des Teufels Ägyptens zubereitet und dann heimholt. Und das ist uns so laut geworden, wie gewaltig das ist, was der Herr hier gerade schenkt, wie er sammelt. Der Herr weiß ja, was da alle dran erhängt, das ist ja das, was er wirkt. Das, was hier sich ergeben hat, womit wir ja auch als Brüder nie gerechnet haben und darauf auch nie auswarnen, sondern uns sagt es immer auf dem Herzen, einfach das zu bekennen, was uns der Herr getan hat, das auszusprechen. Mitzuteilen, auszuteilen, rechtzuteilen und nicht zu zerteilen. Und das bringt jetzt auf einmal Früchte, mit denen wir nie gerechnet haben, worauf wir auch nie bedacht waren, dass Menschen sich angesprochen fühlen, dass sie sich gezogen fühlen von der Stimme des Judenhürden, diesem Ruf ihres Judenhürden folgen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, aus all diesen verwirrten, verfinsterten, religiösen Verstrickungen hinaus, er sie sammelt, aber damit auch nicht aufhört. Sondern das ist das, was wir hier gerade erleben, wenn wir das lesen, mit all den Sorgen und Nöten, die ja die Kinder Gottes auch umtreibt, die ja hier auch immer mehr ans Licht kommen, wie der Herr sie aufgrund der Dinge, die ja sind und die noch heftiger werden, die sich vor unseren Augen erfüllen, die auf uns zukommen werden, zubereitet, umgestaltet, sodass er sie alleine, und das ist das, was ich hier gerade erlebe, wenn ich die Sprachnachrichten vom dicken Schaf höre, den Einbringungen aller anderen Schafe und die Schwister, wie sie bewegen, ihre Sorge und Nöte und wie der Herr Antwort schenkt, durch Wort, durch Bilder, durch Gleichnisse, durch Handreichung, Liebesgaben, Gemeinschaft, sich zu treffen, die Schwister bewegt, sich auf den Weg zu machen, in ihrer eigenen Familie, zum Frauenarzt gehen, irgendwelche Kabelzüge besorgen, Kinderkleidung schicken, wie er in seiner mütterlichen Liebe zubereitet, damit das Kind Gottes vorbereitet ist, auf die Dinge, die da kommen, um dort hindurch getragen zu werden, weil er sie alleine darauf ausrichtet, sich nicht abhängig zu machen von Menschen, sondern ihren Blick alleine auf Christus ausrichten und dann daraus diese Früchte überhaupt erst entspringen, die wir hier sehen und die wir hier erleben und das nachher die Kinder Gottes hindurch trägt, sodass er uns dann heimholt. Ja, diese Sammlung, Zubereitung, Heimholung, gerade in den ganzen Trübsalen, in diesen ganzen Nöten, in diesen ganzen, was uns ja jetzt schon wieder fährt und noch mehr wieder fahren wird und genau das ist ja das, was er hier gerade tut, in diesen jeringen kleinen Kreis, der für mich und wie der Bruder das auch ausgesprochen hat, er wird es kaum fassen können, das lange scharf auch ausgesprochen hat, wie er walddichtet ist es gerade. Und wenn es gerade um ein paar Kindersocken geht, oder wie gerade den Little Roy, die Treppen, da das wunderbare Video, Zubereitung, ja, dass er einen festen Tritt bekommt, die Knie gestärkt werden, Schwester Maren hat geschrieben, ja, damit er dicke Muskeln kriegt, damit er da dann alleine die Treppen hoch hochkommt, mit einem festen Stand und das sind ja alle biblische Begriffe, die müden Knie aufzurichten, den festen Stand zu bekommen, ihr gründet auf das Fundament, auf Christus, seiner Liebe zu uns und wir uns darauf, daran erinnern, zurück zur ersten Liebe, sich davon nicht abbringen zu lassen und das muss zunehmen, das muss wachsen und dazu dient das alles hier gerade und deswegen ist es auch so wichtig, auch wenn es einigen den Strich gibt, das ist gut so, das ist ja Zubereitung, das ist Ausgestaltung in sein Bild, das muss ja irgendwas passieren, damit ich ihm nachher gleich bin. Wir sind schon, der Herr sieht uns durch Christus geheiligt, gereinigt, errettet, erlöst, wir müssen ja nicht mehr Kinder Gottes werden, wir sind es. Und das, was jetzt alles uns widerfährt, wo wir richtig Druck haben, was uns gegen den Strich geht, ist diese Zubereitung, Ausbereitung, deswegen ist es auch so wichtig, dem nicht zu fliehen. Ja, X und Y hat die Gruppe verlassen. So, naja gut, dann habe ich halt eine Gruppe verlassen. Aber, wenn ein so was widerfährt, dem nicht zu fliehen, denn wir gehören nicht zu denen, die weichen, ausweichen, sondern in dem, das aus des Herrn Hand annehmen und ihn dafür danken, auch wenn es beschissen aussieht, wenn es mir überhaupt nicht passt, aber sich dann zu demütigen unter die jeweilige Hand Gottes, ihn dafür zu danken, ihn zu loben, auch wenn ich das alles nicht verstehe, weil es muss genau dazu dienen, dass er uns gerade zubereitet, um uns dann heimzuholen, so dass wir ihn dann sehen, von Angesicht zu Angesicht und ihm gleich sein werden. Und aus seiner Sicht sind wir es schon. Wir sind es. Aber einfach nochmal diese Freude, wenn man das alles so betrachtet, was wir auch die letzten Jahrzehnte so sehen, was wir bis zum heutigen Tag erlebt haben, was sich entwickelt hat, ergeben hat, was das eigentlich für eine gewaltige, herrnische Sache ist, die der Herr hier gerade tut. Und deswegen dranbleiben. An ihm. Denn er geht bald heim. Und darum mietet, ihr Lieben. Genau darum mietet. Halleluja. Das ist mir gerade nochmal so eingefallen. Im Austausch gestern mit dem Bischof. Dem Andreas. Mit seiner Frau Jana. Und den Kindern. Immer wieder, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich den Tisch hier sehe, vor dem ich gerade sitze, der ist von dem langen, der ist sowieso seiner, aber da wurden die vier Kinder auch schon drauf gewickelt, ja, auf dem Tisch, an dem wir hier immer wieder mal essen dürfen. Wie der Herr alle sich zu nutzen macht, um seine Küken zuzubereiten. Nicht nur zu sammeln, sondern sie dann auch zuzubereiten, vorzubereiten. damit sie dann den Ruf hören, geht aus dem Bräutigam entgegen, voller Freude ihm entgegen gehen, trotzdem, dass es der Höhepunkt der Nacht ist, der Mitternacht, alles verfinstert ist, alle sich abwenden, alle jemanden verraten, verleumden, die eigenen Hausgenossen, die eigenen Feinde sein werden. All das, was der Herr ja verheißen hat, dass es so kommen muss, dass wir uns nicht erschrecken sollen, sondern auch dem nicht weichen sollen, sondern in alledem, mit all unseren Sorgen, das war auch so ein schönes Wort, jetzt mal mit dem Bruder, wo er meinte, ja, und die Sorgen, und, ja, es gibt Sorgen, es gibt Nöte, aber der Herr sagt doch, werfet alle Sorgen auf mich? Kommt doch her zu mir, ihr Mühseligen und Beladen. Wo rennt ihr? Ich liebe dieses Wort, was der Herr zu Jeremia, durch Jeremia auch sein Volk sagt. Wo rennt ihr denn hin? Ich habe eine zwiefache Sünde wieder euch, gegen Israel. Mich, die lebendige Quelle, habt ihr verlassen und sucht euch Zisternen, die löchrig sind und kein Wasser tragen. Ja, das hat keinen Bestand. Da luftet einfach aus, bis man dann Elend vertrocknet. Und deswegen ist es so wichtig, dass er sagt, kommt doch her, kommt doch zu mir, mit allem, was ihr habt, mit allen Sorgen, mit allen Nöten. Und erinnert euch doch daran, Psalm 103, was ich euch jute Titan habe. Lobe meine Seele, den Heiligen Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnert euch doch daran. Das bewegt doch, denn ihr Kreuzsicht und begrabenen und uferstandenen Herrn, der sich für euch dahin gegeben hat, als er noch Feinde ward, dass wir das sind, was wir sind, aus Gnade sind, errettet sind, durch seine Liebe, die er nun immer noch in und durch uns wirken will, diese Drobbeln, was der Bruder gerade beschrieben hat, dass das unser Antrieb ist, dass wir ja aus dieser Rechnung im Prinzip bestrichen sind, dass es ja nicht mehr um uns geht, um unsere Bedürfnisse, um unser Leben, um unser Einkommen, um unsere Wohnung, um unser Haus, um unser Auto, sondern liebe Gott vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist dieses wunderbare Wort, die Erfüllung, alles was du willst, dass hier die Leute tun sollen, das tue du ihnen, wandelnd in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat, wo wir dann ans Ende kommen und sagen, ja, ich kann nicht. Ja, ist okay, aber willst du? Ja, ich will. Na, dann lass mich und ihn diesen Raum zu heben und sich da nicht abführen zu lassen. Halleluja. Also, dem Herrn sei Dank. Ich freue mich riesig über diese Gewaltige, auch wenn das viele ja nicht so wahrnehmen, ja, kann man ja rin, kann man ja raus. Wir als Brüder erleben das wirklich als gewaltig, was der Herr, gerade in Anbetracht dieser Zeit, dieser Verführung, dieses bereits geschehenden Abfalls, wirkt und tut und sammelt und zubereitet. Als der Herr noch Idult hatte und durch Noah die Arsche bauen ließ, da hat er die, die ihm geglaubt sind, die sammelt und sie zubereitet, indem er die Arsche bauen ließ, um sie dann dort heimzuholen. Und deswegen, lasst uns da drinnen bleiben, in dieser Arsche, in Christus, uns daran erinnern, ermuntern, erbauen, zurecht rubbeln, ja, weitermachen, nicht aufhören, die müden Knie aufrichten zu lassen, zu stärken, einen festen Stand zu bekommen, Öl auf die Lampe zu bekommen. Ja, hatte ich gestern mit einer Schwester, sich nach Christus auszurichten, zu wissen, ich bin ja gar nicht von hier, ich bin ja auf der Durchreise, ich bin ja Fremdling, ich bin ja Pilgrim und das, was der Herr gerade macht, ist die Wegbereitung, dass wir nach Hause gehen können. Und geistig gesehen, ist das ja so, das ist ja der Glaube, der die Welt bereits überwunden hat. Wir lieben dieses Wort, wir kennen dieses Wort, wo drin steht, dadurch, dass ich in Christus bin und er in mir, bin ich verborgen in ihm und bin versetzt an himmlische Örter, ich bin hier rechtfertigt, ich bin hier heiligt, ich bin errettet, ich bin erlöst, ich bin Kind des Allerhöchsten, ich bin mit Erbe Christi, Gott ist mein Vater, es ist bereits so, wir sind Könige und Priester, es ist bereits so, in all unserem Elend, in all unseren Sorgen, in all unseren Nöten, ist das der Glaube, der die Welt bereits überwunden hat, ich bin versetzt an himmlische Örter und das, was noch kommt, ist die Offenbarwerdung dieser Wahrheit. Genauso wie das nur noch eine Offenbarwerdung, die jetzt noch aussteht, kommen wird, dass diese Welt bereits abgefallen ist, das wird nur noch offenbar. Genauso wie wir dann bei der Wiederkunft uns, unseres Vaters, der uns heimholen wird, der uns schon eine Stätte bereitet hat, wir mit ihm offenbar werden, wenn er offenbar wird und wir ihm gleich sein werden. Also ihr Lieben, lasst euch doch nicht entmutigen, sondern schaut doch auf den Anfänger und Vollender, erhebt doch eure Häuptler, dass genau das, was dir passiert, was uns gegen den Strich steht, genau dazu dient, in seinem Bild umgestaltet zu werden. Das ist das, was er gerade tut. Er sammelt nicht nur, sondern bereitet zu, um uns dann nach Hause zu holen. Und dem sollten wir nicht wehren. Und das, was sich dagegen wehrt, weil es dann wieder nur um sich selbst dreht, das ist das, was der Herr uns beibringen will. Du kannst dich auf niemanden verlassen. Verflucht ist der Mann, der sich auf Fleisch und auf seinen eigenen Arm verlässt. Ihr segnet der Mann, der den Herrn vertraut. Auf ihn keckt. Lasst uns nicht auf uns kecken. Halleluja, Herr. Ihr geht bald nach Hause. Die Zeit ist nah herbeigekommen. Festhalten. Mit Haupt erheben. Erinnert euch daran, was der Herr wunderbar was an euch getan hat und jetzt gerade tut. Das ist reine Gnade. Und dem sollten wir nicht fliehen, sondern festhalten. Halleluja. Mua. Mua. Mua.